Er ist labil. Er ist manisch-depressiv. Diesmal können wir dich nicht entlassen ohne jemanden, der sich um dich kümmert. Ich weiß, du hast es nicht leicht gehabt, Mann. Manna, das ist dein Onkel. Er kriegt dein Bett. Und er hat ein erstaunliches Talent. Du warst mal Schachmeister, he? The Dark Horse. Nach einer wahren Geschichte Ich könnte euch helfen. Ich kann helfen. um eine große Leidenschaft. Nein, nein. Ein subtiles Meisterwerk von unerwarteter Schönheit schrieb TV Today. Jeder von euch wird repräsentiert. Jeder von euch ist ein Krieger auf diesem Brett. Das Talent des Genesis Pottini. Zum Üben bringt ihr ihn immer mit, wieder hier aufs Brett. Und wir vereinigen uns als Familie. Am 15. Januar um 18.10 Uhr bei Kinowelt TV. Schach und Matt.